Oh, Entschuldigung, Gewohnheit, ihr kennt das ja vielleicht noch oder vielleicht auch nicht mehr. Aber könnt ihr euch daran zurück erinnern? Das fing an, alles im Dezember 2019, als dieser kleine Geselle aufgetaucht ist. Ja, Dezember 2019 bis April 2023 hat dieser kleine Virus dafür gesorgt, dass weltweit 695 Millionen Menschen positiv getestet wurden. Und was kam dann? Danach war die größte Pandemie aller Zeiten beendet. Die einzige Pandemie, die wir wahrscheinlich alle erleben werden und ich hoffe es für jeden von uns, dass wir nie wieder eine Pandemie erleben. Weil wer will nochmal geschlossene Innenstädte, verbarrikadierte Parkbänke, kein Treffen, Social Distancing oder sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen dürfen, nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Einfach das soziale Leben stirbt aus, weil keiner weiß, wie er es verhandeln soll. Darum besser keine Pandemie mehr. Aber ich muss euch leider enttäuschen, weil es gibt auch noch diesen kleinen Freund hier. Der ist nicht ganz so bekannt unter euch, aber der ist die aktuelle Pandemie. Ja, wir haben eine aktuelle Pandemie. Während Corona ungefähr 695 Millionen Menschen von 2019 bis 2023 angesteckt hat, hat dieser kleine Freundes auf dem Gewissen 850 Millionen Menschen pro Jahr infiziert zu reiten. Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, was das ist. Das ist ein sogenanntes Insulin-Molekül. Das bedeutet, das ist der Stoff, den ihr ausschüttet, wenn ihr Kohlenhydrate zu euch nehmt. Aber jeder von uns weiß natürlich, Kohlenhydrate sind doch gut, das ist doch unser Treibstoff. Ohne Kohlenhydrate könnten wir doch gar nicht leben, wir könnten nicht arbeiten, wir könnten nicht denken. Alles würde zum Stehen kommen und das wäre doch eine richtige Pandemie. Wie kommen 850 Millionen Leute im Jahr auf den Gedanken, Probleme mit Insulin zu haben? Ganz einfach. Es gibt den Punkt, wo wir zu viel Insulin haben. Dadurch entsteht ein Umstand, der nennt sich Insulinresistenz. Das ist der Augenblick, in dem unser Körper immer weiter Insulin ausschüttet, obwohl unsere Zellen eigentlich schon genug haben. Dann machen sie dicht, unser Körper schüttet aber immer weiter Insulin aus. Was darüber passiert ist, dass wir fett werden und letztendlich kommen wir zu Diabetes Typ 2. Und das ist etwas, woran mehr Menschen insgesamt schon gestorben sind als durch Corona. Aber wenn es doch so bekannt ist, dass es so etwas gibt und dass so viele Menschen weltweit betroffen sind. Übrigens gehen viele von noch deutlich mehr aus. Sehr viele Menschen gehen von einer doppelten Zahl aus, also 1,6 bis 1,7 Milliarden Menschen weltweit, die bereits Insulinresistenz haben. Nur wenn das bekannt ist, warum tut keiner was? Ganz ehrlich, die meisten Menschen wissen immer noch nicht, was unsere Schulmedizin hat eigentlich gelernt, dass man fast alles mit irgendwelchen bunten Pillen beheben kann. Das bedeutet, hat jemand Insulinresistenz oder hat jemand Insulin, gebe ich ihm einfach noch mehr Insulin. Ganz einfach. Dadurch ist das Problem dann doch irgendwie behoben, oder nicht? Aber wenn wir uns anschauen, wie Insulinresistenz wirklich funktioniert, dann erfahren wir plötzlich, dass das gar nicht so viel Sinn macht. Wenn wir Nahrung essen, steigt unser Blutzuckerspiegel an und Insulin hilft dabei, diesen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, wo er als Energiequelle genutzt oder gespeichert wird. Wenn jedoch eine Insulinresistenz vorliegt, reagieren die Zellen nicht mehr angemessen auf Insulin, was dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel im Körper höher bleibt als normal. Die Bauchspeicheldrüse versucht dieses auszugleichen, indem sie mehr Insulin produziert. Auf lange Sicht kann dies zu einem Zustand führen, der als Hyperinsulinämie bezeichnet wird, bei dem hohe Insulinspiegel im Blut vorhanden sind. Dieser Zustand kann schließlich zu Diabetes Typ 2 führen. In der Geschichte der modernen Schulmedizin gibt es sehr interessante Meilensteine. Einer davon ist garantiert 1928, als der Bakteriologe Dr. Alexander Flemming durch Zufall auf einen Stoff stieß, der sämtliche Bakterien abtöten konnte. Nämlich Penicillin. Ab da wurden leider sehr viele interessante Projekte eingestampft, weil die etwas gefunden haben, was eigentlich alles heilen konnte. Und 1941 war es dann soweit, dass zum ersten Mal ein für unsere damaligen Verhältnisse todkranken Patienten Penicillin verabreicht wurde und, ja, er wurde geheilt. Nach 1941 begann dann der große Siegeszug des Penicillin. Mit einigen Rückschlägen verbunden, aber der Medizin wurde klar, egal was du hast, Ich habe die Möglichkeit, dich mit einer Spritze zu heilen. Viele sprechen von diesem Punkt als ersten revolutionären Punkt in der Geschichte der Medizin. Natürlich gibt es sehr viele weitere, aber es ist sehr wichtig für euer Verständnis, dass ihr diesen Punkt im Hinterkopf behaltet. Also, ich habe ein Medikament, das kann es dir geben, egal was du hast und ich kann dich heilen. Eine ganze Weile ging das auch gut, weil Penicillin angewandt mit Sicherheit ein ganz tolles Medikament ist. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Penicillin. Antibiotika ist wirklich eine der tollsten Erfindungen, die die Schulmedizin jemals gemacht hat. Aber wie bringe ich dieses tolle Medikament in Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie? Ganz einfach. Ich denke, wir sind uns einig, wenn wir den Maßstab Corona als Pandemie setzen, was ja offiziell eine Pandemie war, woran sich jeder von euch bestimmt noch erinnern kann, dann ist Insulinresistenz und Diabetes genauso eine Pandemie, weil die Zahlen sogar noch höher sind und die Sterberaten nicht wirklich geringer. Allerdings gibt es hierbei ein Problem. Wir haben keinen Impfstoff. Wir haben nicht die Möglichkeit, irgendetwas zu spritzen. Wir können Insulin spritzen. Aber das ist ja das Problem. Die Patienten haben eh schon zu viel Insulin. Was passiert, wenn ich ihnen noch mehr Insulin gebe? Das macht einfach keinen Sinn. Also, was kann ich tun? Hier kommt jetzt der zweite wichtige Punkt in der Geschichte der Medizin. Die Medizin muss lernen, dass Prävention groß geschrieben ist. Richtig. Es bringt nichts mehr, eine Spritze zu nehmen. Es bringt nichts mehr, eine Pille zu nehmen. Sondern ich muss diese Krankheit verhindern, bevor sie beginnt. Das klingt total einfach. Ja, wir machen Prävention und morgen sind alle geheilt. Aber das Problem ist natürlich deutlich schwieriger, weil diese Prävention mehr verlangt, als mit dem Rauchen aufzuhören oder zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Sie verlangt in einem sehr hohen Maß Selbstbeherrschung und zwar gegen etwas, was uns aberzogen wurde. Weil wir bei dieser Pandemie dasselbe gemacht haben, wie viele Leute denken, dass wir es auch bei Corona gemacht haben. Wir haben uns das Problem selber gezüchtet. Und zwar unsere Lebensmittel-Gigern. Allein in Deutschland wurden 2021 186 Milliarden Euro von der Lebensmittelindustrie umgesetzt. Dann habt ihr eine ungefähre Idee, wie groß diese Zahl weltweit ist. Das heißt, man sieht ganz deutlich, es wird mit nichts auf der Welt, ob es Drogen sind, ob es Waffen sind, egal was es ist, mehr Geld verdient als mit der Lebensmittelindustrie. Und das große Problem daran ist, Lebensmittel, ihr müsst essen, ihr müsst trinken. Und was ihr esst und was ihr trinkt, bestimmt ihr schon lange nicht mehr selber, sondern das bestimmt die Werbung. Es wird von ganz klein an Einfluss auf euch genommen. Es geht so weit, dass es Fastfood-Ketten gibt, die mit Spielplätzen werben dürfen. Es geht so weit, dass Kinderspielzeug bei Fastfood dabei liegt, damit die Kinder, selbst wenn sie es noch nicht mögen, sich einfach dran gewöhnen. Und wir Eltern, haben unseren Eltern gewöhnt, führen sie wie Lemminge dahin. Wir machen die nächste Generation einfach auch direkt abhängig. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso steigen diese Zahlen dann noch? Wieso bleibt das nicht konstant? Ganz einfach, weil die Lebensmittelindustrie immer perfekter wird in dem, was sie macht. Das hat mehrere Ursachen. Habt ihr euch zum Beispiel schon mal überlegt, warum Fertigessen immer weicher wird? Ganz einfach. Euer Magen braucht ungefähr 20 Minuten ein Signal hochzuschicken an den Kopf, um euch zu sagen, es reicht, ich bin satt. Wenn ihr großartige Zeit mit dem Kauen verschwenden würdet, könntet ihr nicht so viel davon essen. Das heißt, dieses Fastfood-Zeug wird einfach deswegen immer weicher. Und das ist nur ein Kleinteil von dem, was mittlerweile angewandt wird. Das Licht hat einen bestimmten Einfluss. Die Geräusche haben einen gewissen Einfluss. Die Gerüche haben einen gewissen Einfluss. Alles ist aufs Kleinste darauf abgesetzt, dass ihr es gerne macht. Wisst ihr, wie oft ich im Social Media Mütter sehe, die ganz stolz ihre Lunchbox für ihre Kinder zeigen. Und da ist nur Fertigzeug drin, da ist nur Zucker drin, kein Saftpaketchen, Gummibärchen und all das Zeug, was nichts mit Essen zu tun hat. Und sie freuen sich darüber, es zu zeigen. Diese Videos haben Tausende und Abertausende von Likes, weil alle sagen, das muss ich meinem Kind auch unbedingt geben. Ich will, dass mein Kind auch möglichst sicher Diabetes bekommt. Das ist mir wichtig. Das möchte ich meinem Kind mit auf den Weg geben. Ganz klar. Aber wir können den Leuten auch keinen Vorwurf machen, weil wir bei der Früherziehung sind. Das heißt, sie haben damals gelernt, die Kekse auf dem schaukelnden Bein vom Opa zu essen, Weihnachten mit den Keksen, mit den Plätzchen oder der Geruch zu Feiertagen oder Geburtstagstorte oder, oder, oder. Schon immer wurde Zucker oder fertiges Essen mit Liebe, mit Freundschaft, mit Geborgenheit verbunden. Und deswegen geben die Eltern das an ihre Kinder weiter und sorgen so dafür, dass die nächste Generation keine Chance hat, da rauszukommen. Aber das klingt alles noch so ein bisschen nach Zufall, oder? Diese Riesenindustrie, die bestverdienendste Industrie der Welt, wäre nicht die bestverdienendste Industrie der Welt, wenn sie nicht verschiedene Maßnahmen ergreifen würde, um sicherzugehen, dass du dein Kind auch abhängig von diesem Zeug machst. Und zwar durch die Inhalte. Und da kommen wir jetzt langsam zur Pandemie, weil wir eben im Video gelernt haben, sind zu viele Kohlenhydrate der Grund für eine Insulinresistenz. Aber was schmeckt uns denn besonders gut? Kohlenhydrat. Genau. Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil es auch nicht gebeut ist. Die meisten Menschen essen ihr Leben lang Dinge, die so produziert werden, dass sie gar nicht mehr aufhören können. Denn was Kohlenhydrate machen? Sie gehen direkt auf unser Belohnungssystem und schütten einen Botenstoff aus namens Dopamin. Dopamin ist das, was ihr ausschützt, wenn ihr ein tolles Erlebnis habt oder wenn ihr Drogen nützt. Bei beiden. Und bei Ernährung kann man sagen, es ist ein bisschen von beiden. Das bedeutet, wenn du so etwas isst, dann kommt zum einen dazu, dass du ja von ganz früh darauf konditioniert worden bist, es toll zu finden, weil du in der Rutsche danach warst, weil du das Spielzeug aus deinem Menü bekommen hast, weil alles schick war, aber auch gleichzeitig dein Belohnungssystem angesprochen wird. Das heißt, ich habe die doppelte Sicherheit, dass du nicht mehr ausgibst. Und das geht natürlich mittlerweile noch ein paar Schritte weiter. Versucht mal jemandem zu erklären, dass es nicht gut ist, Astfood zu essen. Die Leute werden euch für Bescheid erklären. Versucht mal jemandem zu erklären, dass er aufhören soll und rauchen. Da werden viele sagen, ja, ich weiß, ich kann aber nicht. Aber da sagt es der Person mal, dass durch schlechtes Essen, über Diabetes, über Herzinfarkte und was alles daraus entstehen kann, mehr Menschen sterben als durch Rauchen. Dann schließt sich wieder ein Kreis. Trotzdem sind die Leute nicht bereit, darauf zu verzichten. Das bedeutet also für uns alle, wir haben keine Chance mehr. Die Medizin hat versagt. Wir haben keine Medikamente dagegen. Die Prävention funktioniert auch nicht. Wir haben kein Tool mehr in der Hand, um diese Pandemie aufzuhalten. Richtig? Falsch. Denn es gibt eine Möglichkeit, diese Pandemie aufzuhalten. Und zwar hiermit. Nicht wirklich mit Brokkoli, aber mit echtem Essen. Und das ist das, wo wir wieder hin zurückkommen können. Es gibt eine Ernährung, die euch helfen kann. Und zwar die ketogene Ernährung. Die ketogene Ernährung funktioniert mit echten Lebensmitteln. Im Prinzip kommen wir dahin zurück, wo wir schon mal waren. Wir haben einfach unseren echten Lebensstil. Die Möglichkeit, echtes Essen zu essen, aus den Augen verloren. Und als Strafe dafür bekommen wir jetzt eine Pandemie. Um diese Pandemie zu besiegen, müssen wir eins wieder machen. Wir müssen wieder echtes Essen essen. Also im Prinzip einfach in der Ernährung mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Um euch genauer zu veranschaulichen, was ich meine, würde ich euch gerne eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigen. In dieser Studie wurde genau das getestet, ob es möglich ist, die ketogene Ernährung als Gegenspieler zu einer Insulinresistenz einzusetzen. Es wurde festgestellt, dass es bestimmte Parameter gibt, die einer Insulinresistenz helfen können, sich richtig zu entwickeln. Und es wurde auch festgestellt, dass gegen all diese Punkte die ketogene Ernährung helfen kann. Da haben wir zum einen das Gewicht. Eine Insulinresistenz kann sich besser in einem Umfeld bewegen, in dem viel Körperfett vorhanden ist. Wenn es um die Umgebung mit Fettgewebe geht, geht es natürlich vor allen Dingen um das sogenannte viszerale Fett. Das ist das Fett, was um eure Eingeweide und vor allen Dingen im Bauchraum ist. Das bedeutet im Gegensatz zum subkutanen Fett, das ist das Fett, was ihr an Armen, Beinen oder am ganzen Körper verteilt habt, ist das das Fett, was deutlich mehr Hormone ausschüttet und was euch schneller in eine Insulinresistenz bringt. Bei der ketogenen Ernährung ist es nachweislich so, dass es der ketogenen Ernährung wesentlich leichter fällt, dieses Fett speziell aufzulösen. Es gibt kaum eine Ernährung, mit der es so leicht ist und so effizient ist, Gewicht zu verlieren wie mit der ketogenen Ernährung. Dabei ist das Interessante, dass man normalerweise davon ausgeht, um abzunehmen, braucht man definitiv eine negative Energiebilanz. Das ist bei der ketogenen Ernährung nicht wirklich der Fall. Auch wenn man automatischerweise dahin kommt, weil man nach einer kurzen Zeit in einer gut gesteuerten ketogenen Ernährung seinen Hunger verliert und dadurch aufs eigene Körperfett zugreift und doch wieder die Kalorien hat, die man braucht, ist es so, dass Menschen in einer ketogenen Ernährung durchaus mehr Kalorien zu sich nehmen können, als in einer westlichen Ernährung mit Kohlenhydraten. Dadurch bedingt ist der Hunger natürlich niedriger, dadurch bedingt ist es viel leichter abzunehmen. Also ist Punkt 1 mit der ketogenen Ernährung extrem gut abgedeckt. Aber kommen wir direkt zu Punkt 2 und das ist der Mechanismus, wie eine Insulinresistenz funktioniert. Letztendlich müsst ihr eine erhöhte Zahl an Kohlenhydraten zu euch nehmen, um überhaupt genug Insulin auszuschütten, um in so eine Resistenz reinzukommen. Bei der ketogenen Ernährung bleibt ihr normalerweise unter 50, optimalerweise sogar unter 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Damit sind nicht genug Kohlenhydrate vorhanden, um überhaupt in diesen Mechanismus reinzukommen. Also selbst die grundsätzliche Umgebung, die es benötigt, um eine Insulinresistenz zu entwickeln, ist gar nicht gegeben. Es gibt noch weitere Faktoren, die sehr interessant sind, wie zum Beispiel oxidativer Stress, wie zum Beispiel Entzündungswerte im Körper, die auch von der ketogenen Ernährung super bekämpft werden können. Aber ich möchte euch jetzt hier nicht überfordern. Ich hoffe, ihr seht, dass wir zwar in einer Pandemie sind, aber dass es definitiv einen sehr, sehr guten Ausweg gibt. Ihr müsst nur wollen und ihr müsst euch im Klaren sein, dass ihr etwas verlassen müsst, was ihr bisher als Wohlfühlumgebung gehabt habt. Die Kindheitserinnerungen, die euch festhalten, die Kombinationen aus Essen, die euch festhalten, die euren Verstand benebeln, dafür sorgen, dass ihr wirklich nachweislich nicht mehr klar denken könnt. Die müsst ihr durchbrechen und dann habt ihr eine sehr gute Chance, nicht mehr Teil dieser Pandemie zu sein. Ich würde mich wirklich für jeden freuen, der es schafft, dieses Muster zu durchbrechen und weiterhin gesund zu leben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück, viel Stärke und bitte bleibt gesund. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück.